das 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 der der den Ort der Weltkrieg gesperrt der Gerechtigkeit weil er kann man aber wieder schwarz um um ein weiter Warte mal, dann mach mal hier auch schwarz Macht hier grad irgendjemand LP? Ja, ich nehm grad auf, dass du das wissen willst Mach die Folge Mach genau das gleiche Mach die Folge nicht zu lang Ihr wollt nicht wissen, wie viele Folgen ich jetzt vorhin aufgenommen habe Mit euch aufgenommen Was machst du da? Der da Ich träum Oh, zieht halt einfach seine Klappe Ja, ich mach hier damit mal ein Brechner Wer hat noch nichts zu tun oder zurzeit nichts zu tun? Ich, ich, ich Barcy? Und wer noch? Ja, ich Sagt alle ich, die nichts zu tun haben Ich! Kann mir einer helfen? Ja, alle, ja alle Ihr schreibt mal im Chat Kann mir einer helfen? Kommen eins Mh 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 warte mal jones kommt in den zweiten stockwerk kannst du hier diese grauen bricks hier weg bauen und auch wieder schwarzweiß machen richtig schwarzweiß disco machen wir hier ich finde diese bricks passen einfach nicht zu einer disco voll die retro disco machen wir ja total danke jones dass du mich verstanden hast ich verstehe ich mich immer wieder gerne die ich bin so witzig ich bin nur noch nicht mit dem ständigen die europäische und wo derzeit er will nicht er auch auch er auch die Autos ich bin denn was ist es in die Bösen Autos zu kommen Achso ist er ist auch ein Prozess er hat er in die Welt ein Auto dann kann er nicht die Bösen Autos in der Klinik wurde er hat die Zerstörung machen ein Karstchen Karlsruhe Schickfurt es gibt schon Kartei glaube ich die Kassier Im Ernstes. In den Autos spawnen halt jetzt die Roten, deswegen mach ich da Geschütze drauf. Weil die Roten BÖÖÖSEN sind. Ich versteh nicht, warum gehen die Guten mit den Bösen in eine Disco? Das kann ich nicht verstehen. Sag wir mal so, die Bösen rushen in diese Disco und bringen alle um. Deswegen in dem Ding. das war in dennoch die rot sind, die müssen mit den Konsequenzen hier zählen Können wir jemanden sagen, der Dennis irgendwas ist? Dennis irgendwas, keine Ahnung, er macht anscheinend mit Dennis unbekannt, Dennis! Achso, das ist der Uzi, Junge Achso, hallo Uzi Es gab jetzt alles noch mit, weil ich schrecke gerade gar nicht Also, wir sagen jetzt mal, wer mit scrapt Ich, Uzi, Coman, Nils, Jones, Florian und Karim Ja, ich bin halt der Inhaber mit mir Ja, halt's mal Ich schnauze Karim Coman1 ist hier, weiß der? Ja, Coman1 Coman1 ist wieder am Start Ich entspanne mich Coman1 Coman1 ist wieder am Start Coman1 ist wieder am Start Coman1 ist wieder am Start Fick dich, jetzt bin ich negativ, du scheiß schwuler Wichser Mach gar nicht weg, jetzt du Warte mal, kuck mal hier die Blumen Wer hat hier, ähm, welche Person hat hier nichts zu tun? Ich 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 Und mal bitte den Weg. Ähm, gleich, Nils, komm mal. Ähm, kannst du hier an der Seite so an, auf jeden, auf dem schwarzen Brick, ähm, eine Vase mit einer Blume drauf tun? Ja, ich setz da mir mal an schon. Okay, ich komme. Ähm, ist das hier aber nicht unlogisch, weil, guck, dann bräuch ich keine Leiter hinten bauen, wenn hier eine Leiter ist. Ähm, 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 zeig mir mal den Weg. So, mal gucken, ob du den alleine findest. Also, ich kenne den Weg, auswendig. Ähm, das Kritiker-Problem ist halt, dass man da runterfällt, wenn man nichts macht. Ja, weiß ich. Deswegen, das weiß ich, meinst du. Ich hab eigentlich nichts zu tun. Gott, ey, ich komme da eins kalt nicht runter. Gott, ey, ich bin hier. Ah, hab ich recht. Wo ist es immer ernst, weiß sein? Oh, da, da, da geht's, was? Da? Und jetzt sind dann Holzkisten. Holzkisten? Wo sind Holzkisten bitte? Hier, bei mir. Ähm, ich kann nicht, ich kann nicht mehr. Ähm, ich muss zum Keeper-Orthopäen. Ja, dann, viel Spaß. Ja, ich muss nach, ich komme, ne? Okay, hier die Bricks und was kommt dann nach dem Bricks? Uzi, laufen wir mir entgegen. Dann können wir durch. Da, da kommen dann Leiter. Okay. Aber man kann mit dem Rauchgranat, kann man super hier den Weg freimachen. Da sieht man ganz genau, wo der Weg anführt. Also Gott, machen wir, hier. Was ist das? Wer Snowbernate, wer das Snowbernate hat, ich will wissen, der Snowbernate hat. Ach ja, genau, ich will wissen, wer Snowbernate hat. Ich will die haben. Ich brauche zwei Euro, der jetzt Snowbernate hat. Wer die Snowbernate hat hat. Wer Snowbernate hat? Wer Snowbernate hat? Wer Snowbernate hat? Wer scheiße, wo ist denn da mal so lang? Leute, ich bin alles gerade rausgefallen. Äh, Flo, ich mach sie weiter. Warten, du machst sie weiter. Warten, du machst sie weiter. Warten, warte mal, dann, genau, dann, weißen Brick hier. Hey, stell' euch mal mit den Boden da. Was soll ich machen? Ähm, Uzi, komm mal. Ähm, wie wär's, wie wär's, wenn ihr den Turm weitermacht? Nein, nur, nur, wir können mich... Kein Kälte. Was, was? Ja, nur, da kann man nix machen, weil sonst sieht man es töten, ich hätte was erreicht. Dann irgendwelche Kuppeln, so ne Glaskuppel, keine Ahnung was. Ähm, was, auf jeden Fall, dass es hier nicht so leer wirkt. Keine Ahnung. Oder mach hier Striptease, irgendwas, keine Ahnung was. Ja, Striptease. Keine Ahnung, was das sein soll, bitte. Ach denn? Heiß ich doch nicht. Habt ihr nur zugebaut, da wo ich, äh, hier reingegangen bin und von dort hab ich ja das gemacht kurz. Habt ihr so ne Bar hier oben gebaut? Ja, habt ihr wie sehr. Ja, baust du da. Ey, die, die dich zu tun haben, können das, genau das gleiche, was die da machen, an dieser Seite hier tun. Ich hab auch noch zu tun. Es gibt vier Fässer, es gibt vier Fässer, es gibt vier Fässer, es gibt dann auch neue Blumen, die für die Tische benutzen. Okay, wir können dann vier Fässer als Tücher oder so, keine Ahnung was. Also hier oben soll noch was hin, oder? Äh, warte mal. Aufdach. Ja, genau, irgendeine kleine Kuppel, keine Ahnung was. Lass dich mal, lass mal deine Kreativität rein Lauf. Was hat er, was sie gesagt? Ach du Scheißer, hör mal, scheiße. Ach so. Hör mal, scheiße. Ja. So, dann mal diese Kuppel hier. Oh, das war ein. Ich überleg' gerade mal. Multi-Future-World. Warte, ich schreib mir hier JT. Was machst du da? Ich schreib mir gerade JT, wenn du's wissen willst. Okay. Ähm, Deko-Bricks, ob ich mal was alles erfolgen könnte. Schaut mal, ob ihr irgendwas aus der Bar machen könnt, wenn ihr wissen, äh, wenn ihr's... Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ja, da muss doch, das ist nicht gleich. Äh, na. Warte mal wegen einer Reifen, dann würde ich was Profil nehmen. Loll, die machst du das, dass du immer so schnell levelst? Ich? Warum hast du so schnell levelst? Bei jedes Mal, wenn ich on-wähne, so drei, vier Tage später bist du wieder level up. Ich? Was geht ab? Ich? Ja. Keine Ahnung. Ich level überhaupt nicht schnell. Ich find ich schon. Äh, ich spiel's, 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 ich Ahn Pupscheiß. Und was war das gerade? Loll, soll das hier so sein, dass die Autos überrasen fahren und dann auf die Parkplätze? Was? Keine Ahnung, was meinst. Na, das ist einfach jetzt halt nur so, ähm, keine Ahnung, weil wir können ja jetzt halt keine Straße bauen oder keine Ahnung was. Deswegen. Du kannst ja hinter den Autos irgendwie so Straßen vormachen. Die ist langweilig. Ja. Die ist langweilig, weil ich werde eher gleich, wenn die Aufnahme dann beendet ist, dann werde ich den Schlusswort sagen. Und dann können wir ja morgen weitermachen, keine Ahnung. Aber jetzt wissen wir, dieser Part wird richtig lange, also richtig viel später aufgeladen. Wenn ich die ganzen Letztbild Parts gemacht habe, dann laden wir auch die letzten, äh, dann laden wir auch das Abo-Special. Also, wenn wir es gemacht haben, dann. So. Hier machen wir weiß. Kai, machst du ne Ahnung, wie man dieses DJ-Pult machen? Hey, Florian, guck dir das an. Was denn? Ich hänge fest, weil ich rüber weggehe, bin ich ganz schnell oben. Ja, weiß, ich kenne ich auch. Du hast keine grünen Bricks, ne? What the fuck? Yo, fail. So, ich brauch mal kurz einen oder zwei oder drei oder vier, wo ihr mir helfen könnt. Ja, komm mal gleich, ich bin gleich wieder fertig. Weil... Ich mach gerade mit Zorn im Boden. Irgendwie brauche ich hier so'n kleinen Mini-Turm oder keine Ahnung was, weil von hier oben, wenn ihr es jetzt seht, hier steht dann einer. Ey, schaut mal zu mir. Ich bin hier. Los. Geiles Publikum. Einer mit zu dir noch. Ja, eben noch. Einer mit zu dir. Ja, eben noch. Ich rede ich. Und von da und von da oben, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Geheimgang, auf jeden Fall kommt immer da hin. Kommen zwei Nades auf mich, solche Snowball-Nades. Dann kommt Rauch. Auf jeden Fall. Ich verrate euch mal kurz an einer Stelle. Dann kommt Rauch. Und dann stehen hier dann zwei neben mir. An der Seite einer, an der Seite einer. Und da steht einer und schaut gerade hin. Deswegen. Es wird dann ein bisschen schnell. Schwer. Ja. Am Anfang steht keiner. Da kommt der Rauch. Dann stehen drei. Ja. Auf jeden Fall. So habe ich eine Sache verraten, aber es ist so. Darf ich was sagen. Ich kann noch so ein Blöck setzen. French Girl hat mir geschrieben. Ey, hört doch mal stehen, lol. So, jetzt habe ich da hinten eine Straße gebaut. Guck, ich kann hier noch ein Blöck machen von denen. Hinter dir. Hinter mir, ja. Was ist los? Da. Wer hat gerade mit mir gerät jetzt? Du? Keine Ahnung. Ja, was wirst du? Hier der Blöck. Ja, ja. Da kannst du noch einmal machen. Ich habe ja mehr weggebaut. Lass mal den. Hey, ich habe auch noch einen weggebaut. Achso, deswegen. Ne, es geht ja noch mehr. Vier Stück. Hier einer. Und hier einer. Dann in den DJ-Pult einer. Warte mal, hoffentlich haben wir noch ein bisschen. Scheiße, wir haben keine mehr. Dann baue ich hier dann hier mal weg. Und baue hier einen. Warte mal, wie viele Spawns haben wir jetzt eigentlich vergeben? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann fehlen hier noch drei Spawns, die wir irgendwo hier unten wahrscheinlich gegeben haben. Wer hat hier eins, wenn ihr da Toilette gemacht? Hat hier jemand einen Freund? Achso, rührt zwei und dann fehlt noch ein. Warte mal, ist das drei oder? Ach Gott, es ist ein drei. Vorbau einfach zu viel. Du baust die Toilette. Die Toiletten. Seht man nichts. Wirklich nicht leicht. Easy, easy. Das sind die Toiletten. Ihr müsst mal den ersten Part anschauen. Komm mal hier rein. Dann hier so rein. Was ist das hier hinten? Pff. Komm mal los. Komm nur, lass das auch. Es war auch. Ich bin da auch, was ich nur mache. Pff. Ich bin da auch immer schön, auch Pff. Er heißt, wie dieses Waschbecken ging. Das Mal kann ja noch sein. Da könnte man ja mal kurz abschauen, genau das Gleiche an dieser Seite hier. das ist nicht mehr dann hier so an der Seite ach du doch was sie nicht wegbauen du Schwuchtel ach da und die auch direkt dort dort wo wir uns in der Saison der auch ich habe sie versuchte die ganze Zeit es war auch ein was brauchst du da was du immer sagst was sie lasst es doch da mach hier an der Seite ein Waschbecken lol ey lol komm mal bitte ja ich komme dann müsst ihr das einfach reparieren Uzi kannst du das mal kurz reparieren wieder das war ich alter ich hab das ganze Zeit gemacht ja aber der Basel macht anscheinend hat jemand kaputt Geld am Anfang und er hat mich gerufen schon zu sehen wo bist du den Enten im Großen Bank ich möchte es aber nicht wieder zu sein dann schaust der Freunde da hat ich habe schon und sie braucht sich das an den Angucken er hat auch eine Frau da kann man ja kommt der sowieso fast keiner hin und dann kann man hier auch noch irgendwas in bonn oder dann machen wir diesen geheimgang zu diesen zwei löchern dann in dem zweiten stock machen wir dann zwei löcher und dann kommt daraus die nates diese schnummer nils wir werden das später bauen ich glaube jetzt höre ich mir auch mit auf mit der aufnahme dann haben wir richtig oder ja ja okay ja dann bedanke ich mich für alle die jetzt mitgebaut haben morgen früh können wir weit noch mal ein paar machen und morgen früh mit diesen drei genau season 3 und deswegen ja vielleicht season 3 vielleicht mache ich da auch gleich mal ein let's play bei season 3 morgen dienstag für die die es jetzt nicht gerade checken weil ich gerade über season 3 rede weil jetzt hat gerade schon season 3 rausgekommen ist müsst ihr wissen ich habe hier gerade montag und ja dann sage ich mal bis dennne und danke fürs mitmachen und danke fürs zuschauen jones florian und sie kommen und danke alle miteinander fürs mitbauen also bis denne jetzt sagt man alle tschüss das ist ja auch bis zum nächsten mal ne genau und jetzt sag mal tschüss Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.